Hallo, ich bin Ramesan. Ich bin im vierten Ausbildungsjahr als Elektroniker bei der Thelma AG. Was mir wirklich sehr gut gefallen ist, ist das Arbeiten mit den SMD-Maschinen und auch Altium zeichnen, die Layouten eigentlich. Nach der Ausbildung werde ich eventuell bei der Thelma AG bleiben, weil wir hier ein sehr gutes Arbeitsklima haben. Und mein Lieblingsort ist auch in SMD, da habe ich mich hier auch ein bisschen gewohnt. Wir haben hier zwei verschiedene Maschinen. Die große ist da. Und dann bekommen wir am Anfang eine Printplatte. Es hat darauf nichts. Und dann muss man das mit einem Schablonensinndruck machen und dann kann man mit Notsinn drauf. Und dann, wenn es fertig ist, kann man mit der Maschine, die Maschine muss man natürlich erst programmieren. Und das kann ich sehr gut, zum guten Glück. Und dann kann man die Printplatte einfach mit der Maschine nach dem Programmieren bestucken. Und dann, wenn es fertig ist und es geht auch sehr schnell und dann kann man das am Schluss loten.